Ein, der hat's auch schmiert, überhebt noch zu bestehen. Denn bei alles auf der Welt braucht ein Verein Schirr, er sei gern. So, na was kommt dann jetzt? Ach du liebe Zeit, was läuft dann da hinten für eine vornehme Dame rum? Heute Morgen war ich im Dorf, hab mir das alles angeschaut, das ganze Zeug und habe es bestaunt. So können wir doch heute nicht mehr leben. So frei, ich bin so ein Städte, aber wenn ich so stehe, sieht er viele neue Firmen, dann wird mich hier oben so ganz flinzelig. Jetzt möchten wir von Ihnen ein wunderschönes Stück hören. Also Herr Scholz, bitte schön. Herr Rädchen! Herr Rädchen! Herr Rädchen! Du denkst ja, wenn du entsitzen bleibst, scheißen sie sich doch nicht. Du blamierst die ganze Familie. Bock nur, wann der die oben hinkippt, du kannst was erlieren. Das ist eine... Herr Rädchen! 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 Ich will nicht unbedingt das letzte Wort haben. Aber heute Abend... Musik 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 Applaus 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 Hallo! Applaus 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 Das war alles gut. Geh' mir an, oder? Ja. Echt? 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 Echt die Letzte? Hallo, da war's! Applaus 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 Ich will nur ein bisschen normal sehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.